Die Kastelrunderspatzenmelodie Erlauben Sie, wir stellen uns mal vor, Oswald-Dorfer singen im Kurs, Karl fläst das Pariton, Albi spielt Akkordeon, Klarinette fläst der Valentin, Walter spielt die Trompete-Melodie, darum hört ihr Leute, wie das klingt, wenn die Spatzen auf der Bühne sind. Ja, wenn wir heute für sie Lieder singen, können sie das Tanzbein schwingen, dieser Abend soll lustig sein, bei Tiroler Musik und guten Ball. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020